Musik Äh, okay... Geralt kommt nach Astera. Oh! What? Was? Oh, du müsstest ja Monster Hunter doch nochmal spielen. Also ich fand Monster Hunter cool, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich glaube ich auf Dauer spielen könnte. Ich fand's cool, es hat echt viel, viel Spaß gemacht, aber es fehlt so das Tüpfelchen. Ach, diese Quest. Aber es ist Geralt. Oh, da sind sie doch! Okay, hier. Hier drüben! Fuck! Fuck! Nein, tut er nicht! Ach, komm! Ach, wie unfair! Ah, ich bin so... Eindussel. Wenn ich jetzt mal treffen würde. Das wär super. Machen wir erstmal Monster Hunter GU und dann Monster Hunter World. Och Gott. Wie viele Stunden sollen wir verbringen? Hunderte? Okay. Holy shit. Die muss man halt echt schnell erledigen, ansonsten hast du keine Chance. Desert. Desert. Ansonsten hast du halt echt keine Chance. Du musst sie direkt... Nate, ich hab ein ganz monoges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Also Monster Hunter for you habe ich die 5000 Stunden jetzt... Pff. Holy, holy. Ah, ihr seid doch kacke. Ja, ihr seid doch kacke. Au, 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 au. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das war doch ein glatter Kopfschuss. Na, 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 na. Holy shit. Oh, wenn ich nervös bin, kann ich noch weniger zielen. Oh, wenn ich nervös bin, kann ich noch weniger zielen. Die riechen halt, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, ne? Die riechen das einfach. Ah, na, 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 na. Ja, danke, danke, Elena. Nein, 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 nein Das war, glaube ich, jetzt richtig dumm. Ah, ja, natürlich. Ja, natürlich war das richtig dumm. Meine Güte. Und nochmal von vorn. Falls ich hin will. Okay, erst triggern. Da drüben. Guckst du noch mehr? Viel zu kurz, oder? Ah, sehr gut. Ich habe wenigstens einen getroffen. Nee, nichts ist okay. Puste dich selber weg. Boah, wie viel hältst du denn aus? Das gibt es doch gar nicht. Hallo. Ich will erst ganz kurz nochmal gucken. Munition. Ich glaube, hier sind wir nichts. Ach, komm schon. Ach, komm. Ey, der sollte ihn hauen. Und nicht einfach nur so blöd umhertänzeln. Was ist denn los hier? Das Ding macht halt echt wenig Schaden. Und wenn ich nicht Elenas Kopf hier immer in der Optik hätte, dann würde ich sogar mal treffen. Was ist denn los? Oh Gott. Ja, oh Gott. Das Ding zieht halt immer übelst nach oben, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Sehr gut. Wenigstens den mit dem Rotpunktvisier habe ich weg. Du kriegst doch nicht. Blöd, Mann. He, boing. Können wir ab morgen trotzdem Far Cry daddeln, wenn ich... Äh, wie lange geht das Game noch? Also, lange geht das Game jetzt nicht. Ich weiß halt... Also, lange geht das nicht mehr. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich muss halt gucken, ob ich morgen überhaupt streame. Je nachdem. Keine Gefangenen! Meinst du, weil du nächste Woche wieder zur Höhle musst? Ach Gott. Ach nö, jetzt ist die... Oh, jetzt ist die weg. Scheiße. Hm, ja. Also... Ich kann nichts versprechen. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall Far Cry 4. Das kann ich versprechen. Aber ich kann dir halt nicht versprechen, dass wir das morgen machen. Oder erst am Sonntag. Oder erst nächste Woche. Oh Gott. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir das hier spätestens... Also, wenn ich morgen streame, morgen auf jeden Fall fertig bekomme. Weil das geht nicht so lange. Was ist denn das hier? Hm. Äh... Weil da kann ich besser lernen. Was würdest du denn lernen? Schnieke, der Stream läuft wieder. Wuhu! Wenn du dann Lust hast, kann ich dir bei mir die Quest zeigen. Bei Far Cry? Ach Gott. Ach so. Ja. Ja, das auf jeden Fall. So. Jetzt musst du doch eigentlich hier hinten rumgehen. Ach komm, geh hoch. Hm. Oder muss ich hier runter? Oh, ich bin gerade... Oh, ich habe da was gesehen. Was sieht doch gut aus. Jo. Fähig auch. Hm. Nur, dass du schon mal weißt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, worauf ich mich dann einlasse. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Oh, und einmal das Tor öffnen. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Okay, lass jetzt los. Langsam. Langsam. Boop. Auf einmal war der, äh, war das Bein ab. Pfff, 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 pfff. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache hier für heute Schluss. Ich speichere mal eben. Und, puh, weil, oh, jetzt kommt schon wieder die nächste Arena. Oh. Wir sind, äh, 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 gnadenlos. Ähm, bambam, bambam, bambam. Boah, habe ich eine miese Trefferquote.